Name? Alberto Prada. Position? Innenverteidiger oder Linksverteidiger. Alter? 30 Jahre alt. Geburtsort? Ponferrada. Größe? 1,83. Familienstand? Ledig. Beruf? Fußballer und in Spanien bin ich auch Volksschullehrer. Hobbys? Natürlich Fußballspielen, Musik hören und Serien schauen. Seit wann spielst du Fußball? Seit ich acht Jahre alt bin. Bisherige Stationen? Akademie von Ponferradina, Valladolid, Zaragoza, Zamora, Cádiz, Ried und Sevina Neustadt. Starker Fuß? Links. Lieblingsessen? Paella und Tortilla de Patata. Lieblingsfarbe? Rot. Musikgeschmack? Reggaeton oder Pop. Spanisch ist Pop- und Rockmusik. Lieblingsklub? Ponferradina. Lieblingsspieler? Raul González Blanco. Idole? Zinedine Zidane. Schönster Moment in deiner Karriere? Wenn ich die Playoffs für die zweite Liga in Spanien mit Cádiz gespielt habe. Ziele bei der Vorwärts? Ich bin einfach bereit, auf jedem Spiel zu gewinnen. Was möchtest du unseren Fans zum Schluss noch sagen? Wir brauchen euch. Wir werden alles geben. Wir trainieren Vollgas und ich bin überzeugt, dass wir zusammen eine super Saison spielen werden.